Ist ja nicht schlecht, so ein Fliegding, aber wenn es einfach nur fliegt, äh, runtergleitet und gar nicht fliegt. Nix, und dann macht hier so ein Aufriss. Leute, das war unnötig. Das war Ressourcenverschwendung. Oh, guck mal, was da ist. Ein wundervoller Ressourcenturm. Oh, wer seid ihr denn? Oh, schade. Ich will dich zähmen. Geht das nicht? Nee. Na gut. Wenn du mir nix tust, tue ich dir auch nix. Na gut. Der ist mal liegen geblieben. Die haben noch Beute. Ja, rein nah, ne? Was ist denn nun schon wieder? Oh, Leute. Könnt ihr die nicht woanders hinsetzen? Ich war noch nicht mal... Habt die Tür doch noch gar nicht aus. So kann man nicht arbeiten. So kann ich jetzt... Echt jetzt, ne? Ich mein... Naja. So. Ultimative Schutzanzug. Der schützt mich denn vor allem, oder wat? Eine Flachachst. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's... Hier müssen wir weiter. Da... Aber hier ist nichts, ne? Nein, 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 nein. Hier kann man rein doch bestimmt nicht ohne Grund. Ja, sag ich doch. Wieder so eine. Aus dem Augenwinkel, ne? Sieht man das mitunter ganz schlecht. Zumindestens hier... Wenn man es viel zu dicht vom Monitor sitzt, so wie ich, glaube ich. Ich hätte ihn vielleicht doch nur noch mal kleiner kaufen sollen. Aber nun ist egal. So mag ich ihn ja. Altersgerecht. Also ich sitze hier vor der Kinoleinwand, ne? Da ist er. 30 Rüstung. Aha. Der Sauerstoffanzug. Huch. Hör doch mal auf mit dem Gedrehe. Hi. Hier ist nicht schön. Geh weg. Hier woanders hin. So. Wir müssen jetzt da hinten hin, ne? Ja. Ach, Quatsch. Da wollte ich das machen. Und da wollte ich das machen. Dann rufen wir mal Bert. Dann gucken wir mal, wo das ist. Das ist da drüben. Hä? Wer bist du denn? Was macht das Vieh denn da? Hallo? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Oh. Gib dir Pe. Und ne süße Mütze. Und was zum Naschen hat er im Hintern gehabt. Cool, das Essig bestimmt. Wir müssen da hinten hin. Also werde ich erst mal hier gucken. Hier habe ich doch noch nicht geräubert. Das Ding war ich hier schon. Och. Och, was ist denn das hier von der Wegführung her? Sag mal, Spiel. Spiel. Hä? Ach, da können wir durch. Das dezentige Geräusch von knarzendem Metall sollte bedeuten, dass der Runterzug nicht mehr weit ist. Oh. Komisch. Ich kann mich nicht wehren, wenn er nachlädt, aber looten. So. Kein gemütlicher Ort, aber vielleicht für ein Munster. Nachgeladen, gut, dann können wir hier mal gucken, hier ist ja noch andere Beute, auch wunderschön. Vielleicht sollte ich mal wieder gucken bei den Waffen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Waffe mag? Wo sind wir jetzt? Aha. Das ist hier gleich unten. Da ist er, und jetzt müssen wir Zottel finden. Weil wir haben ja noch nicht den Schlüssel, aber gucken kann man ja mal trotzdem, ne? Zottel. Zottel. Hier ist kein Zottel, das jedes Mal das gesuche. Hier ist auch kein Lagerfeuer. Ich habe jetzt eben spekuliert, wenn jetzt hier ein Lagerfeuer ist, dann lege ich mich, oder setze ich mich einfach hin und warte bis zum Abend. Wer seid ihr? Seid ihr auch böse? Uh. Brauchst du ein Gefährt? Hier in Zwitscherzweig gibt es ein Lebenddinghändler. Ich wollte eigentlich pieseln. Mal sehen. Wer kotzt denn da? Ich habe doch nur gepullert. Guck mal, da ist so ein Gehege. Ob das da drinne sitzt? Wir holen uns erstmal so ein Tier. Ich gucke euch ganz genau an. Mal sowas von ganz genau. Hier ist aber auch kein Tier. Auch hier ist ein Kampfplatz. Das ist ein Streitplatz. Selbst nach all den Jahren kann man den Hass immer noch spüren. Komm, mein neuer Freund. Wir machen mal ein schönes Foto. So. Die gucken sowieso nie hierher. Nie machen sie das. So, ne? Wo schläft der Dicke? Da oben beim Lager doch bestimmt nicht. Und hier irgendwo dazwischen? Hier sind Häuser. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der hatte immer so ein bisschen abgeschiedenen Platz. Ah, Mist. Und warum? Ich springe in die... Ich springe in eine vollkommen andere Richtung. Warum? Aber hier ist... Nicht. Wo ist der Dicke? Da hinten? Ich kann mir nicht wohl vorstellen, dass er jetzt in dem Müll wohnt. Ich mein Tier weg. Oh, jetzt kann man doch hier gucken. Den gucken wir doch mal ganz schnell. Huch. Nicht stehen bleiben. Einfach weiter gehen. So, jetzt ist Nacht geworden. Wo ist denn der Kleine da? Ich glaube, den nenne ich Cindy. Dann passt das wenigstens mit Cindy und Bär. So. Ich gucke jetzt mal da hinten. Ja, hier ist das Nest. Von hier sind wir gekommen. Den hätten wir sehen müssen. Wenn der hier irgendwo rumliegt. Wen haben wir denn da? Der hat sich gerade hingelegt. Habt ihr das gesehen? Hehehe. So. Jetzt haben wir den Schlüssel. Kommt, Cindy. da kommen wir wollen jetzt erstmals lager ein schlüssel für jedes schloss da ist noch eine und hier so das wäre dann auch erledigt da kann man was kaufen den habe ich mir markiert das ist alte welttafeln die sind dann immer noch nicht fertig und was haben wir hier piep kiste so und du sollst so so und dann war hier noch ein gebäude und hier ist noch so was ich habe den habe ich den ein weil ich auch das falsche nehmen wie immer wie immer das will ich jetzt mal hier gucken was hier ist dieses matschige schrottlager stinkt förmlich nach ungefundenen sachen ist da irgendwo wieder ein tank auto nein das wird ja interessant hier erst mal hier hier kann man nicht nach oben hier muss man nicht nach oben knettern das ist ja mal vollkommen was neues ja wir gucken gleich ich will bloß jetzt noch dass den außen lass mich in ruhe ich hab's gewusst wo bist du denn ich wollte auch nur mal bei dem opel kadett hier nach guck mich sieht das aus wie ein alter opel kadett der hat und war noch ein bisschen anders aus müsste mal gucken opel kadett schon lange her damals begehrte autos das ist mehr als nur verschlossen aber da muss hier noch irgendwas anderes sein was ich jetzt wieder nicht sehe aber rostlauben ohne ende die sind einem unter dem hintern weggegammelt die kisten auch mensch wo seid ihr denn jetzt schon wieder da oben und der läuft doch dann wieder nicht was mache ich denn jetzt lassen die mich jetzt in ruhe ich will eigentlich nur hier runter gucken wenn ich da rein springen bin ich tot es bringt nichts hier muss öl rein oh nun bleibt noch nicht schon wieder hängen ich bin heute unterhalten aber es ist noch ein bisschen warm ja wie kommen wir jetzt hier weiter da ist noch ein kleines gebäude aber da wird ja eine ströne sein das wäre das erste mal wenn da was wichtiges wäre hier sind wieder nur die beiden displays gut oder kassen oder was das sein soll die tür ist zu die ist von innen versperrt das heißt wir brauchen einen anderen eingang vielleicht da hinten auch wenn das weit weg ist da ist auch noch was interessantes um bunker kann natürlich sein ich weiß es nicht genau erkunden wir in der nächsten folge ich mache jetzt erstmal für heute feierabend also für diese folge hier eine mache ich noch also wir werden da jetzt nachher noch hinten hin klettern ich werde mir auch jetzt wieder mein den habe ich schon mein richtiges tier einstellen weiß nicht was das jetzt hier wieder ist dem den hier mein bärt ich mag dich ich kann ja noch mal profilaktisch hier gucken aber das kann eigentlich nur von unten gehen na gut nächste folge geht es weiter tschüss ich will